Manchmal macht es Sinn, dass man mit mehreren Pipelines arbeitet. Zum Beispiel, wenn man einen Sales-Prozess mit einer Sales-Pipeline tracken möchte und dann vielleicht auch noch einen After-Sales hat, wo man den abgeschlossenen Deal weiter tracken möchte. Es macht auch Sinn, dass man da zwei verschiedene Deals verwendet, weil wenn man diesen Sales-Deal einfach in die After-Sales-Pipeline überschiebt, überträgt, rüberschiebt sozusagen, dann verliert man die ganzen Statistiken, die spannend werden. Deswegen dupliziert man diesen Deal da hier und schiebt dann in der After-Sales-Pipeline, wo man bearbeitet. Das ist aber noch nicht das Spannende, was ich Ihnen heute zeigen möchte, sondern das Spannende ist, ich hätte gerne eine Art von Verbindung zwischen diesen zwei Deals. Deswegen gehe ich da hier rein, in den General Motors-Deal zum Beispiel. Hier habe ich keine Anrede von Mary. Ich weiß nicht, ob das ein Herr oder Frau ist, aber ich mache jetzt mal ein Herr draus. Ist egal. Was passiert da drinnen? Ich habe den General Motors-Deal. Ich schreibe da jetzt noch Sales dazu, damit wir wissen, dass das unser Sales-Deal ist. Das mache ich jetzt zum Testen. Ich weiß es eh, weil das ist in unserer Sales-Pipeline. Jetzt drücke ich da hier aber auf Gewonnen. Was passiert jetzt? Es wird Billard gespielt. Gehen alle Löcher rein? Yes. Alle Löcher sind befüllt. Und während das passiert, hat er mir da schon einen Link hineingestellt. Nämlich einen Link zu meinem After-Sales-Deal. Da drücke ich jetzt drauf. Sehe, das ist mein After-Sales-Deal, der in der After-Sales-Phase Pipeline liegt. Nämlich in der ersten Phase erkannt gewonnen. Und zusätzlich habe ich da hier jetzt noch einen Link zu meinem Sales-Deal. Also ich sehe, dass das die beiden sind, die zusammengehören. Es ist jetzt praktisch, wenn Sie zum Beispiel mit einer Firma sehr, sehr viele Deals haben. Da verliert man leicht einmal den Überblick. Von der Umsetzung her ist es nicht ganz einfach. Also ein wenig tricky. Geht aber alles im Pipeline alleine auch. Also man braucht keine Zusatztools. Wenn Sie wissen wollen, wie das geht, dann fragen Sie uns doch einfach. Ein Mail reicht an info-at-pd-experts.com